Hey, willkommen in Modul 2. Wenn du hier angekommen bist, hast du bereits das erste Modul des Selbstlernkurses geschafft. Super gemacht! Du weißt jetzt, wie man Brüche schreibt und liest und wo sie uns überall in unserem Alltag begegnen können und wie du sie benutzt. In diesem Modul zeige ich dir, wie du Brüche aus Zeichnungen und Grafiken ablesen kannst und wie du Brüche miteinander vergleichen kannst. Bist du bereit? Dann schau dir jetzt das Video im nächsten Abschnitt an. Viel Spaß!